So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB heute am Montag, den 4. Dezember 2023 und wir starten die Handelswoche mit 9 Allzeithochs in Gold. Gold heute Nacht mit einer scharfen Squeeze-Bewegung über 2100 Dollar im Top, glaube ich 2140, 150 roundabout gehandelt worden. Allerdings jetzt mit einem sehr, sehr scharfen Reversal und wir haben, ich denke, schon am Freitag Indizien dafür geliefert bekommen mit den Ausführungen von Jay Powell. Dort geht es ja jetzt in die sogenannte Blackout-Period. Nächste Woche Mittwoch haben wir die Leitzensentscheidung seitens der US-Notenbank FED. Und ausgehend hiervon sind dann die FED-Offiziellen nicht mehr, ist es ihnen nicht mehr erlaubt, Interviews zu geben, Ausführungen zu geben, Andeutungen oder was auch immer zu machen, Vorträge zu halten. Sondern dann ist wirklich Blackout. Das heißt also, die müssen dann still sein bis zur Leitzensentscheidung und danach können sie sich dann wieder äußern. Und ausgehend von diesen Kommentaren haben wir schon bereits am Freitag eine Drift, ein Drive, also es war ein wirklicher Drive in Richtung Allzeithochs zu sehen bekommen. Da habe ich sogar marginal neue Allzeithochs markiert. Und das eskalierte dann heute Nacht so ein wenig. Jetzt ist allerdings das Spannende bei der ganzen Sache, ich muss gestehen, also wirklich hat er nichts gesagt, ehrlich gesprochen. Und das war auch das, was ich erwartet hatte. Also ich wusste zwar, ja, Jay Powell, der wird was sagen. Ein Kunde zu mir kam und fragte, ob das nicht in der Lage wäre, da einiges an Wohler zu begünstigen. Auch im Hinblick auf meinen Trade beispielsweise, den ich ja letzte Woche am Montag schon eingegangen bin und den ich ja auch hier kurz thematisiert hatte. mit der Erwartung einer Attacke auf die Allzeithochs, dass es so schnell geht, so dynamisch und dergleichen und auch, dass dann der Momentum Drive über die 2041 kommt, ist natürlich ein bisschen suboptimal, dass das alles nachts stattfindet, wo ich im Reich der Träume bin. Und ausgehend davon, dass ich natürlich nicht traden können, auch keine Teilgewinnahmen realisieren können oder sonst dergleichen. Leider, muss ich jetzt im Nachgang sagen, aber gut, so ist es eben. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem guten Trade und einer ordentlichen Portion Schlaf, die meine weitere Performance der Woche eben beeinflusst, dann nehme ich den Schlaf. Wir werden einen Blick drauf werfen, gleich auf jeden Fall, auf einige Details, bevor wir allerdings einen Blick drauf werfen, zunächst der Blick auf den Risiko. Deviso und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com slash stehkostlos eine Demo herunterteste, dann risikofrei schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignen und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, dann hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen, vollstehender Risiko und weiß, findet ihr auf xdb.com slash steh. Darüber hinausgehend, kontaktiert auch gerne den Kundensupport hier im Berliner Büro, Telefonnummer, E-Mail-Adresse folgt dann sogleich. Weitere Details, bevor wir auf diese Kontaktdetails kommen, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich hier um ein reines edukatives, rein informatives Event, ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber wie gesagt, bitte nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Dann hier einmal die Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse, wie es euch beliebt, nehmt gerne Kontakt auf, xdb.com als Brokerkurs vorgestellt, bester CFD-Brokersjahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit auch die xStation und auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen und dann haben wir den Kursverlauf in Gold schon entsprechend. Und ihr seht hier noch die Anzüge, die Anflüge dieser Formation, die wir letzte Woche thematisiert hatten, mögliche Squeeze-Bewegungen, dann so ein seitwärts Ausgedriffte und dann, wie gesagt, in den Freitag hinein kam hier dieses Momentum auf und diese Explosion auf der Oberseite, die uns jetzt auf neue Allzeitwuchs geführt hat, die aber schon wieder abverkauft worden sind und die jetzt dazu führen, dass ich natürlich meinen Trade entsprechend manage, also das heißt, Gewinnmitnahmen realisiere und dergleichen in diese Eskalation, in den Fall unter den Schlusskurs und auch die Eröffnung von heute. Also wir haben jetzt diesen Back to Red im übertragenen Sinne, nicht Back to Green, sondern Back to Red. Das ist eine Herangehensweise, das kann der ein oder andere vielleicht auch bei mir im Twitter-Feed, im X-Feed eben lesen. Und das ist nicht selten, dass ich in dem Zusammenhang solche Back to Open-Szenarien eben thematisiere für Equities. Das ist eine ganz andere Zeitebene logischerweise, das ist Skyping gleich zur Markteröffnung hier. Aber im Zusammenhang jetzt mit natürlich Gold, was auch in sozialen Medien natürlich thematisiert wird und dergleichen, ist das natürlich etwas, was auch heute eine Rolle spielt, nach besonders solch einer Eskalation auf der Oberseite. Gold ist ein Thema, Gold sieht neue Allzeithochs, Gold kann diese Allzeithochs nicht halten und Gold geht jetzt rot auf den Tag, nachdem wir über 3% im Plus gehandelt sind. Und das ist kein besonders starkes Signal, ehrlich gesagt. Ich will nicht ausschließen, dass wir nochmal im Rahmen einer erhöhten Volatilität in den kommenden Tagen, und da haben wir ja einige News-Events, also mit Joles, Morgan, Arbeitsmarkt aus den USA, ADP-Zahlen, ebenfalls Arbeitsmarkt aus den USA am Mittwoch, Non-Farm-Payrolls dann am Freitag, nächste Woche, Inflationszahlen am Dienstag, dann am Mittwoch die FED-Leitzense-Entscheidung. Ich will nicht ausschließen, dass das dann nochmal in der Lage ist, uns deutlich über 2.000 Dollar, 2.100 Dollar sind es jetzt, Verzeihung, zu befördern, aber das ist jetzt erstmal keine sehr, sehr vielversprechende Price-Action. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war schon am Freitag überrascht, ich habe das auch gar nicht auf Paul geschoben erstmal, ich habe dann übers Wochenende diesen Gedanken nachvollziehen können, habe mir dann aber gedacht, was hat er denn gesagt, was in irgendeiner Form jetzt hier in irgendeiner Form solch einer Tage auf die Allzeithochs nach sich ziehen könnte. Wir gehen mal kurz hier in die Nachrichten, das ist eine coole Funktion hier innerhalb der X-Station, da haben wir nämlich die Möglichkeit, alle News zu sehen, rund um alle Märkte tatsächlich, und da kann man dann sehen, da unten, da ist die Rede von FED-Chairman Paul. Ich sagte es gerade schon, ein Kunde von mir kam am Freitag zu mir und sagte, hey Jens, wie sieht es denn aus? Und ich habe zu ihm wirklich gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas passiert, ehrlich gesprochen. Klar, ich nehme es mit Wohlwollen zur Kenntnis, sollte das irgendwie positive Auswirkungen auf meinen Goldtrade haben, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es Action nach sich zieht. Ich habe es dann mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, habe es aber gar nicht darauf zurückgeführt, dass es Paul war. Und ja, offensichtlich war er es, also zumindestens mal, wenn man jetzt so der allgemeinen Finanzberichterstattung Glauben schenken darf, aber nochmal, es rechtfertigt eigentlich nicht, dass Gold in diese Squeeze geht, in die jetzt Gold gegangen ist. Denn, was hat Paul gesagt? Nun, er sagt zum Beispiel, die Inflation hat nachgelassen, aber die Kerninflation ist immer noch zu hoch. Es ist verfrüht zu sagen, dass die Geldpolitik bereits restriktiv genug ist. Und er sagt weiter, die FED wird die Zinsen erneut erhöhen, wenn dies erforderlich ist, um die Inflation zu senken. Die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick ist außergewöhnlich hoch. Also, ich übersetze das mal, weitere Zinsanhebungen sind ein Thema. Der Markt macht raus, also bezogen jedenfalls auf die Price Action, die wir in den Gold sehen. Ja, JL, das kannst du zwar sagen, aber nein, das glauben wir dir nicht. Du bist fertig, oder nein, die FED ist fertig an dieser Stelle und so spiegelt sich das im Kursverlauf wieder. Auch Equities, also der DAX beispielsweise am Freitag mit entsprechend Aufschlägen auf der Oberseite. Das sieht aber auch weiterhin eher nach sogenanntem Catch-Up aus, also Catch-Up im Sinne von Aufholen. Und was ich interessant finde, einerseits hat zwar der S&P-Momentum aufgenommen, aber zum Beispiel der Nasdaq sich weiter hier eher konsolidierend im Bereich seiner Juli-Hochs präsentiert. Also das heißt, man kann es nicht unbedingt erkennen, dass dort eine geldpolitisch expansivere FED in irgendeiner Form sich widerspiegelt. Was wiederum in Bezug auf diese Price Action jetzt hier, das ist Gold auf 30 Minuten Basis, eben schwer erklärbar macht, wo dieser Drive herkam. Es hat stattgefunden, es hat diese Kursexplosion über Nacht eben entsprechend gegeben. Ich hatte im Zusammenhang ja mit vielleicht einem Ad, auch im Hinblick, muss ich jetzt alles natürlich nicht revidieren, das ist das falsche Wort, aber zumindest mal natürlich neu aufsetzen. Hier hatten wir zum Beispiel gesagt, ich hatte diese Long-Position von letzter Woche, Amon hatte gesagt, hinzunehmen eventuell für sogenannte Momentum-Plays, wenn wir denn dann die Attacke auf die Allzeithoß zu sehen bekommen. Weil ich denke, das ist vor dem Hintergrund der Signifikanz dieses charttechnischen Bereichs, ein Bereich, wo richtig Zug reinkommen kann und wo dann auch ein Schub auf der Oberseite stattfindet, wo sich kurzfristige Momentum-Trades durchaus anbieten können. Der Kursverlauf offenbart, ja, diese Einschätzung war absolut genau richtig, wie gesagt, mitten in der Nacht stattgefunden, also insofern extrem schwer zum Handeln. Ehrlich gesagt, also diese Konsolidierung hier, jetzt am Freitag ist es an dieser Stelle gewesen, diese Bewegung hat direkt stattgefunden, also das ist der Schlusskurs hier gewesen und dann mit dem Break über diese Hochs um 2075 zur Eröffnung. Also Opening knapp drunter, das wäre das Play eigentlich gewesen, aber nochmal, wer handelt am Samstag oder in dem Fall Sonntagabend abends um 0 Uhr mit der Eröffnung der Future-Märkte, den Goldmarkt. Also ich nicht, ja, will es auch ganz offen und ehrlich sagen. Wie gesagt, zutiefst bedauerlich, weil wenn du dann aus diesen Gefilden hier mit einer Long-Position dich, da unten ist es schon gewesen, Verzeihung, mit einer Long-Position konfrontiert bist, ist das eigentlich der Traumverlauf, den du sehen willst. Ich habe aber keine Fischlimit oder dergleichen irgendwie auf der Oberseite positioniert gehabt für Teilgewinnmitnahmen oder sonst was, sondern bin heute früh eben wach geworden, abgesehen dieser Eskalation. Wir pendelten jetzt, jetzt sieht es ein bisschen überdehnt auf der Unterseite aus, also im Bounce durchaus denkbar, aber wenn ich das im Gesamtkontext sehe, muss ich mir schon die Frage stellen, ist das wirklich überhaupt eine nachhaltige Bewegung gewesen oder war das nicht eventuell sogar jetzt ein potenzieller Trap, ja, ein Fake-Out, Fehlausbruch in irgendeiner Form auf der Oberseite. Mal schauen, was die nächsten Tage liefern. Ich will nicht ausschließen, dass Gold über 2.100 Dollar auch aus dem Jahr 2023 geht, aber nichtsdestotrotz, diese Konstellation jetzt, die war nicht sonderlich vorteilhaft, ehrlich gesagt, so wie wir sie zu sehen bekommen haben. Und das wirft einiges an, ja, offenbart einiges an Volatilität und Unsicherheit, die es vielleicht auch eventuell schürt. Und dieses Break-Out-Play auch hier mit dem Stop-Out auf der Oberseite und dem Momentum, was wir drum aufnehmen, ich glaube, das ist jetzt erstmal hinfällig nach dieser Eskalation auf der Oberseite. Also, wie gesagt, grundsätzlich denke ich, ein Bounce ist durchaus einzukalkulieren nach solch einem Rücksetzer jetzt in dieser Größenordnung. Die Volatilität ist enorm. Es ist auch so, dass ausgehend hier von natürlich alles, was im Einzeltitelbereich, im Bereich Gold unterwegs ist, Goldminenbetreiber, ETFs, GDX zum Beispiel, GDXJ, vielleicht sogar die Junior Miner, wäre es noch ein bisschen volatiler benötigt, Newmont zum Beispiel oder auch Barrick Gold. Das sind alles Titel, die heute ausgehend von dieser enormen Volatilität in Gold nach dieser Eskalation heute Nacht potenziell von Interesse sind. Darüber hinausgehend haben wir vielleicht Bitcoin, auch den Bereich, der dann näher im Blick wert ist, Bitcoin über 40.000 Dollar zurückgelaufen. Da hatten wir auch eine Analyse hier innerhalb der X-Station, die verfügbar war. Ich will das mal ganz kurz hier einmal filtern, Kryptowährungen und dann hat man die Möglichkeit zurückzugehen bis letzte Woche am Mittwoch. Und da hatten wir solch ein Szenario mit einem Drive mit Push über die 38.000, der hat über das Wochenende stattgefunden, wäre auch handelbar gewesen, weil Krypto ist ja über das Wochenende handelbar. Haben wir hier thematisiert gesehen mit möglicherweise dann nicht nur einem Drive über die 40.000, sondern erst auch 41.000, in dem Bereich sind wir abgelaufen, vielleicht sogar 45.000 ist denkbar. Also Krypto weiter stark bullish, auch Ethereum zum Beispiel ist in dem Zusammenhang da thematisiert worden. Auch Ethereum ist auf neue Jahreshofs ausgebrochen. Also auch der Kryptobereich sieht hier durchaus Momentum. Anders als aber Gold halten wir diese Aufschläge. Das ist eine relative Stärke, die der Kryptobereich hier ausstrahlt, die nicht unterschätzt werden sollte. Und deswegen, wie gesagt, hier das Ganze aktuell mit so einem kleinen Dorn im Auge vielleicht betrachtet werden sollte. Ich finde, wie gesagt, nicht ausschließend, dass Gold weiteres Momentum sieht, aber im Hinblick auf meine kurzfristig geplante Swing-Position hier an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein aggressives Stockmanagement aktuell definitiv eher angemessen. Und schauen wir mal, was die nächsten Tage mit den Arbeitsmarktzahlen besonders aus dem Auge abbringen. Wir werden sich hier thematisieren. Guten Morgen, wir sind gemeinsam mit XDB. Happy Trading. Passt auf, ihr Stops auf. Wir hören uns morgen wieder hier an dieser Stelle. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss.